Leute, wir müssen reden. Und zwar über das Thema Drucken. Ich sehe so viele, so gute Fotografen da draußen mit so guten Fotos. Und diese Fotos verstauben entweder auf der Festplatte oder sie werden bei Instagram hochgeladen und ich kann sie mir in der Größe irgendwie angucken. Das ist doch nicht cool. Ihr müsst eure Fotos öfter ausdrucken. Denn gedruckte Fotos sind einfach das Beste, was es gibt. Und ich sage es euch, Leute, ich habe gerade wieder ein paar Bilder von mir ausdrucken lassen. Und es gibt nichts Schöneres, als seine Bilder fertig an der Wand hängen zu sehen. Das muss auch nicht immer unbedingt ein Bild sein, was an der Wand hängt. Das kann auch ein Kalender sein. Das kann auch ein Bildband sein. Ein Coffee Table Book zum Beispiel. Und in diesem Video heute geht es genau darum. Ich zeige euch, wie wir unsere Bilder für den Druck vorbereiten. Ich zeige euch, wie wir die Bilder übergeben. Ich zeige euch, welche Materialien wir so zur Verfügung haben und welche Materialien für welches Bild besonders gut passen. Und ich zeige euch natürlich auch die fertigen Ergebnisse von der Druckerei und wie wir sie dann an die Wand hängen. Denn ich werde mir heute in diesem Video eine komplette Fotowand machen. Ich habe in meinem Wohnzimmer so eine U-Form, wo ich auch so eine Couch habe. Und hinter dieser Couch, da möchte ich so eine richtig schöne Fotowand mir produzieren lassen. Und genau das wird heute der Fall sein. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Und ich möchte dich an dieser Stelle natürlich auch nochmal an den Adventskalender erinnern, der aktuell läuft. Jeden Tag hast du die Chance, hier etwas in der Verlosung zu gewinnen. Du musst dich nur einfach einmal registrieren. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann bist du automatisch bei allen Tagen mit dabei. Und ich rede ja heute hier über das Thema Drucken. Und natürlich habe ich mir dafür einen ganz tollen Partner rausgesucht, nämlich Whitewall. Whitewall sponsort dieses Video auch. Da bin ich ganz transparent. Die haben mir hier also diese Bilder dann alle zur Verfügung gestellt. Und Whitewall ist heute auch unser Verlosungspartner. Ihr habt also die Möglichkeit, heute zwei Artboxen in der Geschenkedition zu gewinnen. Alles, wie gesagt, was ihr dafür tun müsst, ist einfach mal unten in die Videobeschreibung zu gucken. Und gleichzeitig gibt es auch auf alle Whitewall-Produkte jetzt ein 10% Vorteilsangebot. Das heißt, auch da einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Und wenn ihr was bestellen wollt, gerade jetzt vor Weihnachten noch, immer noch 10% abstauben. Also, ganz viel Spaß jetzt mit dem Druckvideo. Ich möchte dir als erstes mal zeigen, anhand eines Beispiels, wie ich jetzt meine Bilder für den Druck vorbereite in Lightroom. Und erst mal ganz wichtig, ich habe im Vorfeld mit Whitewall, mit der Druckerei, mit der ich das jetzt auch mache, darüber gesprochen. Wie bereite ich am besten die Bilder für den Druck vor? Und das Schöne bei Whitewall ist, dass man das Ganze nicht nur online bestellen kann, sondern man kann auch in einen der vielen Stores gehen. Also, in jeder größeren Stadt, sage ich mal, hat man inzwischen einen Whitewall-Store, wie auch in Berlin, wo ich jetzt hingehe. Und man hat den großen Vorteil, dass man sich auf den kalibrierten Bildschirmen von Whitewall selber, die also auch perfekt abgestimmt sind, auf die Drucker von Whitewall. Dort kann man sich seine Bilder nochmal anschauen und sieht dann auch wirklich eins zu eins, wie das Ganze ausgedruckt am Ende aussieht. Das ist ein großer Vorteil, weil man kann natürlich immer hier zu Hause sich seinen Monitor kalibrieren. Man kann mit ICC-Profilen arbeiten, die Whitewall übrigens auch auf der Webseite anbietet, kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Aber wenn man die Chance hat, sich das Ganze vor Ort anzusehen und vor allem auch dort nochmal eine Live-Kundenberatung bekommen kann, dann würde ich das an eurer Stelle immer nutzen. Nichtsdestotrotz, ich möchte dir mal ganz kurz zeigen, wie ich meine Bilder vorbereite. Das ist jetzt hier ein Bild. Das wird auch so mein Hero-Bild, sage ich mal. Also, das wird das Bild sein, was am größten ausgedruckt sein wird. Das kriegt auch einen richtig hochwertigen Holzrahmen. Und das möchte ich mir in 1,20 x 80 cm Größe ausdrucken. So, dieses Bild ist jetzt so für den Bildschirm gut. Ich würde es tatsächlich für den Druck ein ganz kleines bisschen noch heller machen. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Belichtung noch so ein bisschen nach oben drehen. Und ein kleines bisschen mehr Kontrast gebe ich auch noch mit rein. Ich glaube, so plus 15 im Kontrast nochmal gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, so ein ganz kleines bisschen Dunst entfernt ziehe ich hier noch ins Negative. Aber das ist jetzt persönlicher Geschmack. Was ich ja bei fast allen Bildern eigentlich vor dem Druck mache, ist, dass wir sie ein kleines bisschen heller machen und ein ganz kleines bisschen mehr Kontrast noch mit dazugebe. Und wie gesagt, jetzt speichere ich das Ganze ab und gehe damit dann zu Whitewall. Werde mir dort dann auch nochmal eine Kundenberatung geben lassen, auf welchem Material was sich gut drucken lässt. Das werde ich dir jetzt auch gleich nochmal zeigen. Und dann werde ich mir das Ganze natürlich auf deren Monitoren nochmal anschauen. Wenn du jetzt keinen Store in der Nähe hast oder da jetzt auch keine Lust hast hinzufahren, dann kannst du das Ganze natürlich auch online machen. Also auch so eine Kundenberatung kann online durchgeführt werden. Und das andere ist natürlich, falls du doch mit ICC-Profilen arbeiten möchtest, dann findest du die auf der Whitewall-Seite hier ganz unten unter ICC-Profile. Unter Kundenservice ICC-Profile. Und da kann man sich dann für die verschiedenen Materialien, auf die man drucken kann, hier sich jeweils ein ICC-Profil herunterladen. Und ja, damit quasi nochmal simulieren, wie das Ganze gedruckt aussehen könnte. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie ich mein Bild exportiere. Dafür mache ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf. Gehe auf Exportieren. Und jetzt nutze ich folgende Einstellungen. Das erste ist hier in den Dateieinstellungen. Da gehe ich von JPEG auf TIFF. TIFF ist tatsächlich das Dateiformat, was von der Größe her natürlich ein bisschen umfangreicher ist. Aber du hast auch die meisten Möglichkeiten damit noch. Komprimierung stelle ich ohne ein. Die Bit-Tiefe stelle ich auf 16 Bit. Also je größer die Bit-Tiefe, desto besser. Und den Farbraum, den stelle ich hier auf Adobe RGB. Auch da habe ich mit Whitewall drüber gesprochen, welchen Farbraum sie gerne nutzen wollen. Entweder Adobe RGB oder sRGB haben sie gesagt. Wobei sRGB der Farbraum deutlich kleiner ist. Deswegen stelle ich das Ganze jetzt hier auf Adobe RGB. Und habe damit TIFF mit Adobe RGB und 16 Bit die optimalen Einstellungen, um am Ende das meiste aus dem Bild im Druck herauszubekommen. So, jetzt scrolle ich mal hier noch ein Stück weiter runter. Und zwar geht es jetzt natürlich noch um die Bildgröße. Ich möchte das Bild jetzt hier nicht kleiner machen, sondern ich möchte natürlich mit so vielen Pixeln wie möglich drucken. Das bedeutet also, wir machen das Bild nicht kleiner. Deswegen in den Bildschirm einpassen, nehme ich hier komplett raus. Aber die Auflösung, die stelle ich jetzt auf 300 Pixel pro Zoll. Und dann schaue ich jetzt hier unten nochmal, ganz wichtig, Wasserzeichen sollte natürlich aus sein, falls du da mit Wasserzeichen normalerweise arbeitest. Und so würde ich dieses Bild jetzt hier tatsächlich exportieren. Mir dann auf eine Speicherkarte zum Beispiel packen. Und damit fahre ich jetzt dann gleich zu Whitewall. Und werde mir das Ganze dort auf dem Bildschirm von denen nochmal anschauen. Und dann für den Druck letztendlich freigeben. Wenn du das von zu Hause aus machen möchtest, dann geht das natürlich auch über die Whitewall-Seite. Ich zeige dir jetzt hier auch ganz kurz nochmal, was es für Möglichkeiten mit Materialien gibt. Zum einen haben wir natürlich Acrylglas. Acrylglas sieht sehr hochwertig aus. Mit Acrylglas poppen die Farben auch nochmal ein bisschen mehr hervor. Das bedeutet, alles ist ein bisschen gesättigter noch. Es hat auch so den Anschein, dass das Ganze nochmal ein bisschen schärfer ist. Gleichzeitig muss man natürlich immer gucken, hinter Acrylglas spiegelt das Ganze natürlich auch sehr doll. Du wirst es dann am Ende in meinen Ergebnissen auch sehen. Es gibt Bilder, die spiegeln relativ stark. Und es gibt Bilder, die sind eher matt gedruckt und haben natürlich keine Spiegelungen drin. Dafür wirken sie dann aber auch nicht ganz so brillant. Also das ist immer so ein Ding, das muss man sich überlegen. Möchte man eher eine leichte Spiegelung drin haben. Aber dann natürlich auch, je nachdem wie der Lichteinfall ist, siehst du die Spiegelung überhaupt oder du siehst sie vielleicht auch gar nicht. Oder möchtest du auf die Spiegelung komplett verzichten und büßt da aber dann natürlich auch so ein bisschen in der Brillanz ein. Also wir haben hier einmal Acrylglas. Ich würde hier tatsächlich immer einen echten Fotoabzug hinter Acrylglas wählen. Mit Ultra HD hier. Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Du kannst auch auf Aludibond drucken. Auch hier kann man einen echten Fotoabzug auf Aludibond nehmen. Kann man auch in Ultra HD machen. Man kann aber auch tatsächlich direkt einen Fotodruck auf Aludibond machen. Also auch das gibt es. Ist jetzt immer so eine Frage, wie man es machen möchte. Tatsächlich finde ich hier den echten Fotoabzug auf Aludibond schon am besten. Steht hier auch drüber Galerieniveau. Man kann das Ganze jetzt, wie gesagt, noch mit Ultra HD dann nochmal etwas aufwerten. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich persönlich meinen Favoriten sehe. Und zwar ist das jetzt hier die gerahmte Variante. Galerieniveau steht auch hier oben drüber. Einmal nämlich das Foto in Schattenfugenrahmen. Und das möchte ich jetzt auch mal anwählen hier tatsächlich für mein Bild aus Island. Ich hätte gerne so einen Rahmen hier drumherum. Und ich finde es extrem schick, dass man hier so eine Schattenfuge nochmal drin hat. Man kann hier verschiedene Rahmen auswählen. Also das muss jetzt auch nicht so eine Holzoptik haben. Gibt es auch ohne Holzoptik. Wir können das Ganze jetzt einfach mal gestalten. Und dazu lade ich jetzt hier einfach mal das Foto hoch. So, jetzt haben wir das Ganze hier hochgeladen. Jetzt kann ich einmal weiter zum Konfigurator gehen. Den finde ich auch relativ cool, muss ich sagen. Weil man hier sehr schön das Bild dann jetzt auch aus allen Perspektiven sehen kann. Als erstes mal kann man das Ganze sich jetzt hier mal so ein bisschen betrachten. Damit man mal so einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze an der Wand aussehen könnte. Gut, mein Zuhause sieht jetzt leider nicht ganz genau so aus. Aber nichtsdestotrotz. Ich fange mal an mit der Bildgröße. 120 mal 80, habe ich gesagt, möchte ich ganz gerne haben. Dann sieht man es auch immer sehr schön. Ich bin tatsächlich genau 1,81 groß. Also, ich wüsste jetzt auch wirklich sehr gut in den Proportionen, wie groß dieses Bild hier ist. Das finde ich schön. Perfect Fit haben wir hier drin. Also, das Bild ist auch genau ein 3 zu 2 Format. Von daher passt das auch. Da müssen wir jetzt auch nichts beschneiden. Jetzt gucken wir hier mal weiter auf den Rahmen. Und hier würde ich tatsächlich, glaube ich, direkt bei dem Rahmen bleiben hier. 15 Millimeter. Jetzt ist mal so die Frage, jetzt kann man hier entweder mit verschiedenen Holzoptiken arbeiten. Oder man kann auch ein komplettes Weiß oder ein komplettes Schwarz nehmen. Wobei ich sagen muss, eigentlich so ein bisschen diese Holzoptik gefällt mir ganz gut. In Schwarz. Jetzt können wir hier mal gucken. Freie Drehung. Dann kann man sich das Bild hier nämlich auch nochmal von der Seite anschauen. Und jetzt sieht man hier auch, jetzt ist hier auch sehr schön diese Spiegelung so ein bisschen simuliert. Also, ich denke mal, das sieht man jetzt im Video auch ganz gut. Aber wenn ich das jetzt hier mal so ein bisschen weiter drehe, dann siehst du halt auch, dass sich das so ein bisschen spiegelt. Und gleichzeitig sieht man jetzt hier sehr schön die Schattenfuge da drin. Und dass es halt ein Holzrahmen ist. Also, man hat noch diese Holzoptik da drin. Es ist trotzdem ein schwarzer Rahmen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Also, da freue ich mich schon richtig drauf, dieses Bild dann an der Wand hängen zu haben. So, jetzt nochmal ein kurzer, letzter Blick drauf, ob alles passt. Ich denke, das passt soweit. Dann kann ich das Ganze in den Warenkorb packen und bestellen. Und natürlich bestelle ich auch noch meine anderen Bilder. Allerdings werde ich dafür, wie gesagt, direkt in den Store fahren. Und das dann auch dort mit den Mitarbeitern gemeinsam bestellen. Weil ich mir natürlich auch noch ein paar verschiedene Materialien angucken möchte. Ich möchte auch nicht alle Bilder mit dem gleichen Material machen. Ich werde auch den Rahmen so ein bisschen variieren, weil ich einfach das nicht alles komplett clean gleich haben möchte. Sondern ich möchte da so ein bisschen Variation drin haben am Ende in der Fotowand. Das werde ich dann aber vor Ort machen. Und dir zeige ich dann natürlich auch die Ergebnisse, wenn sie dann angekommen sind. Ich möchte dir mal ganz kurz zeigen, wie die Bilder verschickt hier ankommen. Wir haben auf der einen Seite hier eine relativ dicke Pappe. Und die ist auch tatsächlich ein Stück größer als das eigentliche Bild, was jetzt auf der Seite hier ist. Das Ganze wird mit zellularen Folie hier dann entsprechend gegengepresst, sodass dieses Bild sich auch nicht mehr wirklich bewegen kann. Und selbst wenn es dann runterfällt, dann fällt es halt irgendwie auf die Pappe drauf. Außer es fällt so rum. Aber in dem Paket sind natürlich mehrere solcher Bilder übereinander gestapelt, sodass die dann auch keinen Bewegungsspielraum mehr in dem eigentlichen Paket dann drin haben. Von daher denke ich, es ist gut verpackt. Da geht auch nichts kaputt. Ich habe jetzt bisher 13 Bilder ausgepackt. Das ist das letzte. Aber bei den 13 Bildern habe ich bisher keine Macke gefunden. Und ich denke mal, auch bei dem letzten jetzt hier nicht. Ja, optisch ist die Verpackung nicht sonderlich schön. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass die Bilder ordentlich bei euch ankommen. Und meiner Meinung nach tun sie das. Das ist die Verpackung. Das ist die Verpackung. Und das ist das fertige Ergebnis. Ziemlich cool, oder? Besonders das große Bild mit der Schattenfuge hat es mir angetan. Das ist natürlich auch am preisintensivsten. Für so ein Bild in der Größe mit dieser Ausstattung zahlt man etwas über 500 Euro. Aber es ist natürlich auch absolut hochwertig. Und der Hingucker in der gesamten Bildserie. Du siehst auch, es ist verspiegelt. Also je nachdem, wie der Lichteinfall ist, muss man da immer ein bisschen schauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Variante, wo wir auf Aludibond gedruckt haben und das Ganze etwas matter ist. Dadurch verliert man natürlich auch so ein kleines bisschen Schärfe, ein kleines bisschen Brillanz. Aber dafür hat man keine Spiegelung drin. Und genau da ist der Unterschied. Und da muss man einfach mal so ein bisschen abwägen, was man selber gerne hätte. Bei den Vulkanfotos habe ich mich für ein Metallic-Foto hinter Alkröglas entschieden. Auf Ultra HD. Das hat einfach nochmal den großen Vorteil durch diesen metallischen Look, dass man die einzelnen Strukturen noch irgendwie besser sehen kann. Also das muss man auch mal in echt gesehen haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die verschiedenen Rahmentypen eingehen, die ich hier gewählt habe. Bei dem ganz großen Bild haben wir ja schon gesehen, da haben wir einen großen Holzrahmen genommen. Das war hier mit einem 15mm Eiche-Profil in schwarz. Dann haben wir auch Bilder, die gar keine Rahmung drumherum haben. Und wir haben auch Bilder, die in der sogenannten Artbox Alu mit einem 25mm Profil in schwarz mit dabei sind. Und hier auch so eine leichte Schattenfuge mit drin haben. Die finde ich persönlich richtig stark. Das sieht sehr, sehr hochwertig aus und kann ich nur empfehlen, falls du selber dir so eine Fotowand erstellen möchtest. Wenn du jetzt selber Lust auf so eine Fotowand bekommen hast, dann check einfach nochmal den 10% Rabattcode aus, den ich dir auch in dem Video hier nochmal einblende. Denn über diesen Rabattcode kannst du wie gesagt 10% sparen und damit deinen Einkauf bei Whitewall etwas günstiger gestalten. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und nochmal die Erinnerung natürlich an den Adventskalender. Du kannst wie gesagt heute zwei Artboxen in der Geschenkedition von Whitewall gewinnen. Auch nochmal vielen, vielen Dank an Whitewall, die dieses Video hier überhaupt möglich gemacht haben. Und ja, registriert euch einfach und dann seid ihr automatisch mit dabei. Falls ihr bei Whitewall was anderes bestellen wollt als die Artboxen, dann könnt ihr natürlich auch das tun. Da gibt es wie gesagt nochmal 10% Rabatt. Auch dieser Code ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns gleich morgen beim nächsten Video wieder, denn es geht ja hier Schlag auf Schlag weiter. Jeden Tag ein Video, jeden Tag eine Verlosung. Bis Weihnachten. Leute, ich habe richtig Bock und ich sehe, dass ihr auch Bock drauf habt. Es macht richtig Spaß, diese Weihnachtszeit mit euch einfach zusammen zu genießen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.